Ja, hallo mein Lieben, wie ihr sehen könnt, machen wir gerade Zeichnungen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier erst einmal die Hauke Corteno, die mir auch sehr gut gelungen ist. Dann haben wir hier die Bunny. Dann haben wir noch die Bunny. Dann haben wir hier die Amy. So, eure Leute, ich muss das, glaube ich, so machen. Die Amy, dann die Minako, Makoto, Rei und die Michiru. Ja, ich würde sagen, ihr gebt mal einfach einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, welches Bild euch am meisten gefallen hat, weil alle sind nicht so schön geworden, wie ihr gerade hier seht. Aber ein paar wenigstens sind schön geworden. Ich finde die Hauke und die Bunny schön. Und ja, also bis dann, eure Bane und die Ruka. Wir sind gut. Wir sind gut.